weiter geht's ich mag halt Spiele die mehrere Feature haben da gibt es ja nicht so wirklich viele von mir nur schön wenn ein bisschen mehr eintreten würde als gerade eben mit den Featuren und das fand ich zum Beispiel auch in Las Vegas ganz cool da gibt es ja die Spiele überwiegend die mehrere Mystery Features zwischendurch bringen machen ich finde das eigentlich ganz cool um sich so ein bisschen im Spiel halten zu können jetzt kommt aber wieder überhaupt nichts mehr hier geben wir mal 40 Cent so und jetzt 2,7er schade 3 wären schön gewesen die Leiter die macht auch gar nichts hier macht leider überhaupt nichts kann man drücken wie man will kommt leider nichts mehr na gut bis später so probieren wir auch mal hier die älteren Spiele wieder ich probiere mal Ghost Lead House das hat man auch bis oben hin angepasst schön mal schauen ob Ghost Leiter vielleicht was raus hat hier Motion das ganze richtig Dankeschön das ganze richtig Dankeschön Okay! Hier muss man auch 40 Cent. Auch wieder 60 Cent. Okay! Komm bitte, geh mal in die Freispiele. Wieso habe ich es gar nicht gewusst, dass das wieder nicht passiert. Ich habe es gar nicht gewusst, dass das wieder nicht passiert. Okay. Also langsam dürfte auch immer mehr kommen. Und geht der mal auf 8? Nein, geht der mal schnell. Ja, geht der mal schnell. es muss doch mal irgendein spiel geben wo mal was rausgehauen wird mache ich mal mein binär spiel vielleicht habe ich damit immer mehr erfolg jokers kämpf ja eben schon so geschehen vielleicht sind ja mehr ein schönchen drin da war zumindest mal der baumstamm wäre nur schön wenn er auch reindorfen würde mal das könnte überhaupt nichts tja auf 5 cent jetzt kommt er oder? doch nicht. bis später. so ich probiere mal ganz was anderes das habe ich eigentlich noch in mini gespielt mal anschauen auf 30 cent sieht das denn so aus mal schauen ob eine margarita denn drin ist das ist das das ist das das ist das so es ist das aber auch hier muss man erst mal drei Skitter kriegen es gibt es doch nicht dass der nicht mal auf 8 Euro geht ich wechsle gleich nochmal die Automaten ich geh dann an Buzzer aber hier kommt echt überhaupt nichts mehr na gut buzzern wir mal weiter bis dann so schauen wir mal ob der Buzzer besser gelaunt ist ich fang mal mit Euro so schauen wir mal 2020 ob der Buzzer vielleicht mal mehr macht das wäre doch mal ganz cool ein paar Freispiele wären wir schon so und so 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 so